Flexibel, ökologisch, preiswert. Das ist das Komothaus. Eine zündende Entwicklung aus der Steiermark mit enormem Potenzial. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir den Menschen eine günstige und auch ökologische Bauweise anbieten können und die dann auch noch so weit flexibel ist, dass sie auf die sich ändernden Lebenssituationen auch noch Rücksicht nehmen kann. Das Komothaus ist einzigartig, weil es auf Modulen aufbaut, die ich beliebig vergrößern und verkleinern kann. Das heißt, ich habe auch keine Baustelle im herkömmlichen Sinn. Das variable Modulsystem ist weltweit einzigartig. Dank der Verwendung natürlicher Baustoffe und einer zukunftsweisenden Technik wird ein gesundes und günstiges Wohnen ermöglicht. Der Clou? Ein Zubau oder Umzug ist binnen weniger Tage realisierbar. Die Vorteile sind eindeutig die, dass das Haus komplett vorgefertigt wird. Das heißt, es ist in extrem kurzer Zeit errichtet. Es besteht hauptsächlich aus Holz und Holzwerkstoffen und nach Ende der Nutzungsdauer, also nach weit über 100 Jahren, kann es auch wieder komplett recycelt werden. Nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip kann ich wieder jedes Material für sich recyceln oder wiederverwenden. Die Nachfrage ist sehr stark. Wir sind die ersten Anbieter, die modulare, ökologische und preiswerte Häuser anbieten können. Das heißt, genau das Richtige für Jungfamilien, die nicht so viel Geld ausgeben wollen und sich im Nachhinein entweder vergrößern oder verkleinern. Das Komothaus. Ein revolutionäres System, das Wohnen neu definiert.